Hear my prayer, O Lord Let my cry come to you ist ein Abendlied, ein Gute-Nacht-Lied und wir haben Anna Weister Andersson als Gast und im Hintergrund hört ihr die Musik und wir haben für euch einen Link vorbereitet, wo ihr die Einzelstimmen lernen könnt. Dann könnt ihr das Lied einfach mal für euren Chor besser kennenlernen und freuen uns auf eure Stimmen. Vielen Spaß! Ich bin ein Gute-Nacht-Lied